Es gibt zwei Welten, die außerhalb der unseren existieren, Mr. Briner. Man könnte sie als Licht und Dunkel bezeichnen. Ich habe das Dunkel auf der Suche nach ihm betreten. Nie zuvor habe ich so etwas getan. Etwas, das wir Lebende auf gar keinen Fall tun sollten. Aber jemand ist mit mir zurückgekommen. Eine Frau. Eine Erscheinung. Ein bösartiges Wesen. Und seitdem ist jedes Mal, wenn ich meine Kräfte benutze, dieses Wesen kreischend in meinem Kopf zu hören. Es schreit mich an ohne Unterlass. Und immer wieder, dass es mich töten wird.